Hey Skat-Freunde, es ist schon wieder Freitag und ich fühle mich heute, als könnte ich die Welt erobern. Ja, 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 wer ist denn mit dabei? Na gut, gemacht. Bevor wir dazu kommen, habe ich natürlich richtig Lust, euch erst nochmal das Wochenende mit einer kleinen Skat-Analyse zu versüßen. Die Partie, die ich rausgesucht habe, habe ich wieder selber gespielt in meinem Livestream am letzten Sonntag. Zweite Serie, ein neuner Duellturnier, sechstes Spiel. Ich packe den Link nochmal rein, wenn ihr sehen wollt, was im Original passiert ist. Kannst euch aber hier gleich sagen, ich habe richtig schlecht gespielt und das Schlimmste an sich, ich habe es noch nicht mal gemerkt. Und so gesehen habe ich an sich einen, wenn nicht den häufigsten Fehler begangen, den du beim Skaten machen kannst. Und das Mindeste ist, denke ich, dass wir das hier einmal durchschauen, als schlechtes Beispiel dann wenigstens noch was draus lernen können. Ja, bevor wir dazu kommen, was mich hier geritten hat, gebe ich euch gerne noch ein kurzes Update zur Skat-Freunde-App, zu meinem großen Projekt. Wir sind im Kernteam jetzt schon sechs Leute, die daran arbeiten, die daran rudern. Es geht richtig gut voran. Bald fliegen die ersten Karten. Ich persönlich kümmere mich im Moment gerade um die Finanzierung, besser gesagt schon um die Anschlussfinanzierung. Und wer sich für dieses Projekt interessiert oder wer auch ansonsten Interesse hat an einer Gemeinschaft von Skat-Freunden, den möchte ich erneut darauf hinweisen, dass es hier eine Discord-Community gibt, die ihr gerne besuchen dürft. Und da könnt ihr unter anderem von mir ganz viele Statusberichte quasi bekommen, wie sich die Skat-App weiterentwickelt und was da im Hintergrund alles passiert. Ihr könnt euch aber auch einfach mit anderen Skat-Freunden austauschen und vernetzen. Ich selber hatte am Anfang ein bisschen Berührungsängste mit diesem Tool. Inzwischen sage ich Discord, tipptopp. Ich nutze das jeden Tag mit großer Freude und großer Begeisterung. Und würde mich freuen, wenn ihr hier auch dabei seid. Ich hatte ja auch noch so diese kleine Herausforderung mir selber, dieses kleine Ziel erstmal gesetzt. Das wäre doch richtig cool, wenn zum Ende Oktober hier schon 500 von euch in dieser Skat-Freunde-Community dabei sind. Wir sind auf einem super Weg. 430 von euch sind hier schon regelmäßig dabei und informieren sich hier oder tauschen sich aus. Aber da fehlen halt also auch noch ein paar. Also ein bisschen rudern müssen wir noch. Wenn ich heute noch ein paar von euch anstiften konnte, das auszuprobieren, dann fände ich es riesig. Link natürlich auch in der Beschreibung. So, was ist denn jetzt hier passiert? Ich also in Vorhand, Mittelhand passt, Hinterhand sagt 18. Im Duell wollte ich es natürlich spielen. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie weit ich mitgegangen bin. Ob ich jetzt auf 20 schon gepasst habe, weil das doch relativ dürr natürlich ist. Oder erst so auf 27, weiß ich gar nicht mehr genau. Hinterhand kommt jedenfalls ran, schaut in den Skat, drückt und tauft jetzt Kreuz. Gut, wir haben erstmal vier Trumpf dagegen. Wir haben in der Beikarte auch selber nur mit dem Herz als einen Vollen. Also durchaus die Hoffnung, dass der Partner noch ein paar Volle mitbringt. Also wir sind erstmal optimistisch. Habt das Spiel eröffnet. Ihr kennt mich ja inzwischen. Deswegen stelle ich die Frage hier an der Stelle nicht. Mit der blanken Pik-Lusche. Ich denke auch mit vier Trumpf, an sich unabhängig davon, ist blank auf den langen Weg fast immer gut, fast immer richtig. Zumindest in der Entscheidung erstmal. Denn du kannst ja auch mit allen anderen Farben extrem viel kaputt machen. Karo kannst du eine 10 kaputt spielen. Herz, Ass, könntest du auch eine 10 zu dritt zum Beispiel hochspielen. Ja, es gibt halt überall ein paar Risiken. Mit der Pik-9 machen wir an sich aus taktischen Gründen das Richtige. Denn danach sind wir eine Farbe frei. So, Pik-9 von unserem Partner, die Dame. Ganz kurz gespoilert, schon ein bisschen zweifelhaft. Er hätte nämlich auch noch unterbleiben können. Aber natürlich möchte der Partner hier oder will der Partner vermutlich mit diesem Zug auch die Variante abdecken, dass ich unter meinem Ass ausgespielt habe. Gut, mache ich auf den langen Weg. In aller Regel nicht, würde ich euch auch nicht empfehlen. Gibt es wenig Verteilungen, wo das an sich eine gute Idee ist. Deswegen ist das zumindest schon mal etwas zweifelhaft, diese Pik-Dame. Wie auch immer, Alleinspieler nahm mit dem König, hat hier also geschnippelt. Nach meinem Blatt natürlich viel wahrscheinlicher, dass er auf die 10 geschnippelt hat, als dass er jetzt irgendwie Ass und 10 gedrückt hat oder so. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre. So, es kam Herz Bube. Und mit diesem 4-Trumpf dagegen ist es meistens nach meiner Einschätzung eine gute Idee, einmal zu tauchen. Häufig ist es ein 6-Trümpfer. Häufig hat der Partner jetzt noch genau einen kleinen Trumpf irgendwie mit. Dass wir damit nachher noch einen riesen Stich machen oder das Tempo gewinnen, auch nicht unbedingt gesetzt. Man könnte in der Argumentation natürlich auch bleiben, wenn man einen 5-Trümpfer vermutet, dass man mitnimmt und dann Herz-Ass bringt. Aber ich bin jetzt hier im konkreten Fall untergeblieben. Von meinem Partner kam auch die Trumpf-Lusche. Karo Bube hinterher. Jetzt bin ich natürlich rauf. Und zur Freude und auch ein bisschen Überraschung hat unser Partner sogar das Trumpf-Ass. Also das Spiel hat keinen Trumpf-Hollen, auch keinen der alten Buben offensichtlich. Im Trumpf relativ schwach. Nur ein 5-Trümpfer. 15 Augen für uns. Wie jetzt fortsetzen. Ja, also Karo finde ich gefährlich. Denn wenn er nur 5 Trumpf hat in Peak 3 oder vielleicht sogar 4, aber wenn er in Peak nur 3 hat, dann hat er vielleicht 2 Karos und kein Herz. Dann hat er vielleicht Karo-Ass-König. Das ist gefährlich. Ich habe theoretisch sogar auch schon Trumpf-Abzug, denn da steht nur noch 9-Dame-König. Aber damit zwinge ich meinen Partner natürlich jetzt schon relativ früh, sich für eine Wimmelung zu entscheiden. Das dachte ich, haben wir gar nicht nötig. Also ich denke, es ist relativ klar, dass Herz-Ass jetzt hier der stärkste Zug ist. Selbst wenn da jetzt die bestellte Herz 10 ist oder so, weil der wirklich so einen 5-Trümpfer hat, dann wird er wohl trotzdem nicht mehr gewinnen. Wenn das Herz-Ass, wenn unser voller läuft, dann sieht es schon sehr gut aus. Denn mit der Trumpf 10 werde ich wahrscheinlich dann auch Peak-Ass und 10 noch stechen können. Also Herz-Ass, denke ich, hier die richtige Karte von meinem Partner, die 7 vom Alleinspieler, der Trumpf-König. Und was ich natürlich auch mir schon ausgerechnet oder gedacht hatte, gut, wenn er den jetzt sticht, kann er an sich gar nicht mehr Trumpf rausspielen. Denn dann habe ich Trumpf-Abzug und kann mit der Herz-Lusche wieder vom Stich gehen. Das hatte ich quasi so ein bisschen schon so vorgeplant. Und jetzt kommt es eben, Alleinspieler gestochen und spielt ganz frech, kann man sagen, doch nochmal Trumpf raus. Nutzt also die Chance, dass vielleicht Trumpf jetzt noch 1 zu 1 verteilt ist, auch wenn es womöglich nicht so aussah. Beziehungsweise nutzt einfach seine Chance, weil er gar keine bessere hat. Und ansonsten mit dem hohen Peak-Aster-Antreten war ja auch nicht besonders attraktiv. So, und jetzt habe ich natürlich in diesem Moment schon gedacht, komm, bloß jetzt nicht Herz 10. Und was macht mein Partner? Natürlich Herz 10. Und darüber habe ich mich jetzt irgendwie geärgert und war wirklich in dieser Sekunde schon auf Betriebstemperatur. Und das ist, denke ich, der krasseste Fehler. Also natürlich kann man sagen, Herz 10 ist jetzt hier nicht unbedingt brillant. Der Spieler in Mittelhand hat vielleicht nicht mitbekommen, dass ich jetzt schon Trumpf-Abzug habe und ihn dann nachzwingend mit Herz wieder 1 spielen kann. Er hätte also sicher auch jetzt Karo 10 erstmal wimmeln können. Und wenn ich dann den nächsten Buben ziehe, vielleicht Peak 10. Nein, das wäre sicher der Plan, der für mich am logischsten gewesen wäre. Aber, Mensch, denkt doch mal nach, diesen Zug, diesen Fehler, wenn man das denn so bezeichnen möchte, den habe ich in meinem Leben schon 10.000 Mal gesehen, weil es nun mal einfach für den Spieler, der weniger Trümpfe hat, ein bisschen schwieriger ist, die Trümpfe komplett zu überschauen. Und weil der einfach ganz lässig erstmal die Herz 10 da reinpfeffert, wo das Herz Ass schon gestochen war. Also ein Stück weit natürlich auch logisch. Spieltaktisch vielleicht nicht optimal, aber 10.000 Mal gesehen. Und deswegen, warum ärgere ich mich eigentlich so darüber, dass mein Partner diesen Zug macht, dass ich selber nicht mehr richtig denken kann? Diese Frage muss ich mir stellen. Diese Frage will ich aber auch euch stellen, denn ich gehe einfach mal davon aus, dass euch das auch passiert. Sich über den Partner zu ärgern und was ist eigentlich das Problem daran? Wir können den ja sowieso nicht beeinflussen. Wir müssen ja sowieso damit arbeiten und leben, was der macht. Aber der Ärger darüber oder dieses Kopfschütteln, dieses schon nicht verstehen wollen, Das hindert uns jetzt daran, selber einen klaren Kopf zu haben und angemessen auf die Situation zu reagieren. Denn was ist jetzt passiert? Ich habe erstmal meinen Plan in die Tat umgesetzt und den letzten Trumpf abgeholt. Ist meistens ja die richtige Idee, wenn du dem Alleinspieler den letzten Trumpf abholen kannst. Aber in dem Fall an der Stelle natürlich schon ausgesprochen fragwürdig. Denn ich kann ja mit großer Sicherheit Pik Ass und Zehn stechen und habe einfach jetzt mit der Herz-Lusche ein Nachspiel, wo überhaupt nicht mehr groß was passieren kann. Von meinem Partner kann die Zehn nicht mehr fallen. Er hatte eben die Sieben, also er kommt zwingend darüber. Ja, und wenn der Alleinspieler sticht, dann kriege ich danach, kann ich aufs Pik Ass warten. Und wenn er den abwirft, kann mein Partner dann Pik Zehn spielen. Also dieser Kreuz-Bube an der Stelle, nachdem jetzt Herz-10-Schmierung kam, schon ausgesprochen zweifelhaft. Denn jetzt bekomme ich darauf natürlich nur ein vollen und nicht zwei. So, mein Partner, der natürlich jetzt den Pik Zehn-Stich weiterhin eingeplant hat, schmiert jetzt die Karo Zehn. Die hat er also auch noch, soweit in Ordnung. Vom Alleinspieler die Trumpf-Dame. Ja, und jetzt war ich wirklich so im Furor irgendwo noch, dass ich einfach meinen Ursprungsplan beibehalten habe. Nicht flexibel auf die neue Situation reagiert habe und jetzt tatsächlich die Herz-8 gespielt habe. Und das ist natürlich im Prinzip eine Katastrophe, denn die Verteilung ist inzwischen komplett klar an sich. Dass mein Partner auf Trumpf nicht die Pik Zehn geschmiert hat, kann ja nur bedeuten, dass er die nicht blank hat. Die hat er natürlich noch bestellt. Dass er die Karo Zehn erst jetzt geschmiert hat, kann auch nur bedeuten, dass die nicht ursprünglich blank war. Sonst wäre die zuerst gekommen. Also war logisch, es ist dieser Fünftrümpfer und der hatte tatsächlich Karo As-König. Das war jetzt hier noch nicht ganz klar. Karo König und Sieben hätten noch getauscht sein können. Aber er hat Karo As-König und Pik As-Lusche in dem Fall. Und auf Herz-8-Dame ist es jetzt also ihm möglich, auf drei mickrige Augen die Pik-8 abzuwerfen. Und so gewinnt er dann tatsächlich, gewann er das Spiel mit 66 Augen. Natürlich muss ich jetzt, nachdem ich es so gespielt habe und nachdem der Kreuz-Bube ja schon fragwürdig war, aber selbst damit war noch alles in Ordnung, wenn ich nach der Karo Zehn jetzt einfach Karo Acht spiele. Denn dann bekommen wir hinten noch den 13-Augen-Stich, Pik-Lusche, Pik-Karodame, Pik-10 und haben immer noch deutlich über 60, also ganz locker gewonnen.